Hüftstreckung am Boden, Knie gebeugt. Anweisungen Ausgangsstellung Die Ellenbogen aufgestützt, mit leicht angehobenem Knie und gebeugtem Bein. Kontraktion der Muskeln Den großen Gesäßmuskel angespannt, drücken Sie den Fuß nach oben, wobei das Bein gebeugt bleibt. Ende der Bewegung Senken Sie den Fuß, bis Sie die Ausgangsposition erneut erreicht haben. Beteiligte Muskeln Atmung P4P Cam Beteiligte Muskeln Beteiligte Muskeln Beteiligte Muskeln Beteiligte Muskeln